Ich habe damals einen guten Freund gehabt, der ein plastischer Chirurg war. Ich habe einmal mit ihm gesprochen und gefragt, ich hätte so gerne mal eine Serie von frisch operierten Personen nach einer kosmetischen Operation, ob er das für mich regeln könnte. Die Leute sind reihenweise zu mir gekommen und ich habe damals diese Bilder alle auf Großformat Ende der 80er Jahre fotografiert. Für die Leute war das von aus aus klar, dass das bei einer Kunstaktion und bei einer zeitdokumentarischen Serie, dass sie da mitmachen. Damals in die 80er Jahre war das Thema plastische Chirurgie sehr neu, sehr frisch und es war ein spannendes Thema für mich. Musik Okay.